Das Internet hält Einzug in die Fabriken und das Internet hält Einzug in die Autos. Das zeigt die IAA, die jetzt in Frankfurt am Main stattfindet. Es geht um vernetzte Mobilität, aber es geht auch um vernetzte Fabriken. Es geht um die ganzen Prozessketten, die jetzt über das Internet miteinander verschmelzen. Aus diesem Grunde habe ich eine Veranstaltung konzipiert, die den Titel trägt Internet der Dinge, Industrie 4.0, die stehen und verstalten. Diese Veranstaltung findet im November und Dezember in den Volkshochschulen Frankfurt am Main im Rahmen der Studium Generale und in der Volkshochschule in Rüsselsheim im dortigen Stadt- und Industriemuseum statt. Alles Weitere finden Sie im Internet und wird auch noch gesondert eingeladen. Aber das ist vielleicht ein spannendes Thema für alle die, die jetzt mitreden wollen bei dieser tatsächlich stattfindenden Revolution in dem Industriebereich, aber auch im Autobereich. Weil wir werden liebgebundene Methoden der Fortbewegung neu überdenken müssen, neue Konzepte erfinden. Wir müssen uns zurechtfinden und in diesem Sinne herzliche Einladung zur Veranstaltung Internet der Dinge Industrie 4.0 verstehen und gestalten. Vielen Dank. Vielen Dank.